Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Telefonandacht am Sonntag, den 15. September 2024. Mein Name ist Pfarrer Hartmut Dinkel aus Gomaringen. Ich möchte mit Ihnen über den Wochenspruch nachdenken, der uns in dieser kommenden Woche begleiten wird. Er stammt aus dem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 1, Vers 10. Dort lesen wir, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Mit der ersten Diagnose im Krankenhaus fing es an, liebe Hörerinnen und Hörer und dann nahm die Krankheit ihren Lauf. Vielleicht wurde sie immer wieder einmal aufgehalten, gestoppt und überwunden. Zuletzt war sie nicht mehr zu bezwingen. Die 35-jährige zweifache Mutter musste sich aufs Sterben einstellen, denn die Medizin konnte ihr nicht mehr helfen. Zuletzt tat sie, nachdem sie sich von ihren Kindern verabschiedet hattete, in den Armen ihres Mannes ihren letzten Atemzug. Das Hin und Her zwischen Hoffnung und Bangen hatte der Tod zu seinen Gunsten entschieden. Ein lähmender Bann legte sich auf alle. Der Weitergang des Lebens schien unterbrochen. Die geliebte Ehefrau, die Mutter und Tochter waren nicht mehr da. Mit dem Tod bricht jedes Gespräch ab. Er beendet Sprache. Wir haben nichts mehr zu sagen. Und der Tod hält sich auch in keine Termine. Er wandelt sich auch nicht. Er holt ein, nimmt weg, beendet. Wir können ihn nicht bewältigen. Wir müssen ihn erleiden, so wie in diesem Fall auch diese junge Familie. Das ist die Macht des Todes. Es ist die Macht des Todes, der jeder von uns unterworfen ist. Es ist eine Macht, die in unterschiedlichen Erscheinungsweisen über jeder Lebensgeschichte steht. Und nun wagt Paulus in unserem Bibelwort die kühne Behauptung, dass diese Macht nun entmachtet sei. Es sei Christus, der diese Macht bezwungen hätte. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen, sagt Paulus. Wie aber, Paulus sagt, indem er Christus unvergängliches Leben ans Licht gebracht hat. Es ist das Osterlicht, von dem Paulus hier spricht. Denn am Ostermorgen hat die Macht des Todes Jesu, hat die Macht des Todes Jesus nicht im Grab festhalten können. Die Bewegung des Lebens war stärker. Und hier gilt eben, einmal besiegt ist immer besiegt. Einmal überwunden ist bei Christus ganz überwunden. Seit Ostern weiß der Tod, dass es einen stärkeren gibt. Und er tont ahnt, dass dieser eine, dieser Heiland, ihm einmal alle entreißen wird, die in seine Macht geraten sind. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, sagt Jesus bald nach seiner Auferstehung, mir und nicht dem Tod. Jesus hat uns damit den Weg ins Sterben nicht erspart. Aber er hat ihn gangbar gemacht, hindurch zum Leben. Denn sein Leben unterscheidet sich von dem Leben aller Menschen. Das Leben der Menschen führte bisher immer in den Tod, während das Leben Jesu Christi aus dem Tod kommt. Mit seinem Tod und seiner Auferweckung wurde der Tod im Namen Gottes entmächtigt. Durch seinen Tod wurde der Tod getötet, kann Martin Luther sagen. Das klingt alles sehr theoretisch. Ich will Ihnen zum Schluss noch von der älteren Dame berichten, für die diese Erkenntnis sehr praktisch geworden ist. Diese ältere Dame empfing ihren Pfarrer an ihrem Krankenlager in ihrem Zimmer im Pflegeheim. Sie spürte, dass ihre Lebenszeit bald zu Ende sei. Sie verplüfte den Pfarrer mit einer eigenartigen Bitte. Wenn ich gestorben bin, dann will ich noch in der Friedhofshalle aufgebahrt werden. In die eine Hand soll man mir meine Bibel legen, die mich in vielen schönen und schwierigen Zeiten meines Lebens begleitet hat. In die andere Hand soll man mir einen kleinen Löffel, also einen Dessertlöffel legen. Der Pfarrer stutzte einen kleinen Löffel. Die Frau sah in seiner Verwunderung an und erklärte ihm, wenn beim Mittagessen hier im Heim das Geschirr abgeräumt wird, dann sagt die Pflegerin zu mir immer augenzwinkernd, den kleinen Dessertlöffel behalten Sie bitte, denn das Beste kommt noch. Da verstand der Pfarrer. Der kleine Löffel war der Hinweis auf den Nachtisch, also auf das Beste des Essens, das noch kommt. Und das war auch der Glaube der Frau. Das Beste kommt noch jenseits des Sterbens in der Ewigkeit Gottes, weil eben die Macht des Todes von Christus entmächtigt wurde. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Tag und grüße Sie herzlich, Ihr Pfarrer Hartmut Dinkel.